Butter? Ja. Na der ist? So guten Morgen. Jetzt geht's los ab in die Schule. Letzte Woche Schule vor den Feen. Jo, wir holen ab. Wir sind zu früh, ne? Ja. Guck doch auf die Uhr. Guck doch auf die Uhr, 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 bis er eine gespielt ist. Drei Minuten. Welche Zahl? Eins oder drei? Drei. Du bist sehr lieb. Ja. Na eins sagst du. Du bist sehr lieb. Jetzt misch ihn, misch ihn. Oh nein, nein, bleib. Okay, misch ihn. Kannst du das mit mir spielen? Wir gehen ja rüber. Nein. Doch. Nein, mach doch nicht. Wie? Ich geh jetzt da gut. Nicht. Oh, ich krieg die Krise. Es hat wieder nicht geklappt mit dem Hochmann. Sie musste gerade auf die Tür. Kannst du die mal runter, nicht? Ja, ganz nusse Hände. Ich muss gerade ein Tuch nehmen. Setzt sie da mit ihrem Arsch drauf. Was ist passiert? Es klappt halt eigentlich. Es klappt immer nicht. Ich geh es auch nicht. Mann, scheiße. Irgendwie hat es nicht geklappt, das hochzuladen. Steckt bei 27% fest. Noch ungefähr eine Stunde, fünf Minuten. Was soll denn denn da? Eine Stunde, fünf Minuten. Seid es heute Nacht? Ein bisschen merkwürdig aus, was ihr da macht. Grems? So verziehen wir jetzt die Turnierung noch. Tja, warum, warum? Man hat nicht geklappt mit dem Hochmann. Jetzt mach ich es bei WLAN und es geht schneller. Wir sind jetzt schon bei 6%. 47 Minuten noch. Ja, Anruf wollte, dass ich bei Andrea ein bisschen die Spitzen schneide. Dann haben wir einen Termin machen. Hm? Die Spitze ein bisschen schneiden lassen. Irgendwann war die sehr trocken, sind die verfusseln da so schnell. Wollte Anouk? Ja. Wollte Andrea? Nee, Anouk hat sie gefragt, ob wir das machen können. Sie macht schon ihre Beauty-Termine oder was? Naja, sie hat das so, na na, wir wollten doch vielleicht mal meine Spitze schneiden, als Andrea da war. Und Andrea dann gleich, das kann ich doch machen. Das war schon so von Anouk eingefädelt, ne? Ja, die ist so drauf, die durchdenkt das alles schon so. Die ist so ausgebufft. Ja. 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 Kürbisschnitzen. Ja. 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 Ja, der war so schön gewesen. Ja. Ja. Auf Wiedersehen. Ja. Wo wart ihr? Wie heißt es hinter dem Meer? Ich komme jetzt nicht im Kurs, das heißt Co. Da gibt es doch, da macht er Sparige und alle immer. Ein paar Jahre ist es wieder geheißen, aber ich weiß nicht, ich komme jetzt den armen Co. Also wie gesagt, das ist ein Glück weg. Mein Bekannter war auch da und das war vor einer Einladung für mich, von meinem Kurfreund, der hat mich da eingeladen, runtergefahren. Also, wo ich gesagt habe, da hast du im Unterwass vorgebracht, aber nein, noch nicht. Und jetzt kommt der Klepp da rein. So, was gibt es noch jetzt? Der Junge ist erschlagen worden. Ich zeig dir. Wieso? Ja. Wieso? Ja. Wissen nicht, woher es kommt? Ja. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja. 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 Na gut, ich packe das mal aus. Ich mache das mal los. Ja. Ja, klar. Ich weiß nicht, ob das so viel Abluft hat. Ich werde das mal los machen, Wolfgang. Ich muss arbeiten. Ja, viel Arbeit jetzt, ja. Ich muss erst mal aufmachen. Ich muss erst mal die Sachen rausbringen. Ja, ja. Ja, ja. Macht's ja. Ich muss in meiner Ternung lesen. Warte ich um 11,5 Stunden. Dann kommt mein Göttner direkt bei dem Matthias. Alles klar. Bis später. Dann sehen wir uns. Kann sich immer nicht trennen, der Wolfgang. So. Wie gesagt, ich lag erst mal alle draus. Dekoriere und dann geht's los. Jetzt kommt die Kette hier erneuert. Beziehungsweise nicht erneuert, sondern ich werde nur dieses eine Glied austauschen. Und vielleicht ist das natürlich auch wesentlich günstiger. Da freut sich der Kollege vielleicht auch daraus. Also Kette. Aufnieten und neu zusammennieten. Jetzt noch mal Kette spannen. Heute ist Kette kürzen angesagt. Wie kürzt man die Kette? Schauen wir doch mal. So, hier haben wir ein Kettenschloss drin bei der Kette. Hier an der Stelle. Das öffne ich jetzt erstmal. Und hier ist schon ein Glied kaputt gegangen. Dort. Die Kette verkantet oder ist runtergerutscht und beim runterrutschen klack. Kann passieren, wenn die Kette zu locker ist. Man auch nicht auf die richtige Spannung achtet und dann einfach weiter tritt. Dann reißt man die Kette halt durch mit den Zahngränzen. Wenn es so ungünstig liegt. So halb auf dem Zahn drauf und dann knackt die halt weg. Das ist nicht immer der Verschleiß der Kette tatsächlich. Manchmal ist es einfach auch nur falsche Benutzung. Also ich schiebe den Schieber hier rüber und öffne die Kette. So. Da. Also. Den gleichen Schieberverschluss sollte man nicht mehr nehmen. Sollte man nicht nochmal nehmen. Jetzt schauen wir mal. Wo ist das kaputt? Hier. Haben wir eine Ersatzkette da? Ja. Hier haben wir die Ersatzkette. Jetzt niete ich das Stück hier aus. Bis hier. Ein Glied hinter dem gebrochenen. Wenn der Rest der Kette noch okay aussieht, kann man das machen. Eins. Zwei. Drei. Gucken wir uns natürlich den Rest der Kette an. Von der einen Seite und dann von der anderen Seite. Nö. Ist okay. Okay. Jetzt schauen wir nochmal. Das ist sehr locker. Ja. Das ist die Kette zu breit, die ich hier habe. So. Dann habe ich hier ein schon vorgefertigtes Stück Kette, was hoffentlich hier passt. Jetzt setzen wir hier rein. Ja. Das passt. Das ist nicht zu locker. Das passt wunderbar. Hier. Und das wird zusammengenietet. Die Kettenreparatur. Die Kettenreparatur. Die Kettenreparatur. Die Kettenreparatur. B Schilder jetzt wird die knette aufgelegt und das gute stück wird auch verrenietet und dann nochmal verbolzt kommt nochmal das ist jetzt ideal jetzt kommt jo na und da sehen wir ja warum die runtergefallen ist weil die viel zu locker war ich habe genau die gleiche maß jetzt genommen wie das was vorher drin war und so sei fahren wie gesagt konnte ich vorher jetzt nicht sehen ich hätte das viel zu locker die ist runter gesprungen zack offen zahn hängen geblieben und dann zerrissen also muss die kette noch gespannt werden machen wir hier dazu lösen wir einmal die achsmutter schaut einmal an so kann es auch sehen ja das ist zu hart würdeln ist Bis zum nächsten Mal. Ja, muss man so ein bisschen im Gefühl haben mit den Ketten. Immer noch zu hart. Okay. Der wird noch gewöhnt. Gut, das war's. Kette ist gefettet, gespannt, repariert. Sattel ist drauf, Stütze ist drauf, Schrauben ist drin. Gut, schauen wir mal, was noch so kommt. Glühbönen wechseln. Ich krieg den ja wieder fest, nicht beleuchten. Ist der Direktor da? Direktor schraubt an der Birne. Ach, wie siehst du, der klettert durch die Leiter auf. Hier haben sich eben Leute bedient und sind weitergegangen. Ich sag, da ist er bestimmt nicht da. Reiß? Ja, war's. Was? Wenn du so eine gute Ware rauslegst und du verkriegst, dann... Was willst du denn noch erwarten, du? Dass da immer mehr wird? Und hier hoch. Ja, gibt's was Neues, gibt's was Altes? Nee. Bei mir gibt's ja auch nicht. Gar nicht? Ja, nicht. Aber die ganze Bude voll. Das zeig ich dir. Ich weiß auch nicht was. Das falsche. Ich hab nur die falsche Ware. Alles die falsche Ware. Siehste? Kann man nicht machen. Kein Wunder, dass ich leite hier. Ja, ja. Und die richtige Ware stelle ich raus und verschenke die, oder was? Ach, das ist alles zu verschenken da, ja? Ja, um Gottes Willen. Kann ich mir ja nicht leisten. Du musst das ja auch bezahlen. Ja, ja. Du kriegst auch nicht geschenkt, ne? Nee. Nee, nee. Leider nicht. Die Zeiten sind vorbei, wo die Leute was geschenkt haben. Das stimmt. Da ist zu viel vorbei. Ja, willst du aber in die Fischeluft nicht kommen, Herr Ruben, dass wir ein bisschen quatschen können? Nö. Hängt eine andere Lampe? Geh mal weiter. Oh, was oben los ist. Juhu. Die neue Lampe hängt. Jetzt machen wir sie mal an. Ein wunderschönes Licht. Oder? Boah, ich liebe diese normalen Glühühöhnen. Die sind fantastisch. Diese hat ja LED Quatsch. Das ist alles Müll. Ja, das ist alles nüscht. Jetzt ist doch wirklich toll. So schön. Das ist nur am Süßigkeitenmuffel. Jetzt du mitgebracht. Ich meine, das ist ein Tellerbrot nicht, nee. Muss denn dieser Chip von der Kamera, wo auch noch Fotos drauf sind von uns? Keine Ahnung. Das muss vorne bleiben. Ja, das muss vorne bleiben. Ja, das muss vorne bleiben. Ja, das weiß ich aber nicht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Gucken, ob wir das hinkriegen, weil das von einem Unfall, durch einen Unfall passiert. Und das ist ja immer recht schwer, da irgendwie was zu richten, ehrlich gesagt. Ich mach jetzt mal aus dem Kopf, wie ich so denke. Ich mach jetzt mal aus dem Kopf, wie ich so denke. Ich mach jetzt mal aus dem Kopf. Keine Ahnung, wenn das ist. Ich mach jetzt mal aus dem Kopf. Oh, okay. Also, es heißt drin ist auch ein Blum. Ich mach jetzt mal aus dem Kopf. Es ist nicht so weit, weil das Pächer macht. Das ist schon mal aus dem Kopf ist. Ich mach jetzt mal aus dem Kopf. Bis zum nächsten Mal. Sehr gut! Hammer, was war noch, das war, das war, hä, so schnell, das ist nah los, na, das war ja toll, fertig, läuft, wieder. Das ist voll Öl im Moment hier im Laden, es ist nichts so richtig zu tun. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. so arbeite einfach mal so ein bisschen und dann läuft das nebenbei kletterspannen gut das war das Rad läuft wieder fahrradspezifisch fahrradgriffe fahrradspezifisch nicht mehr einwegkamera die super Einwegkamera? Achso, wenn du Kinder warst. Kinder, die kann man eine richtige Kamera nicht so fotografieren. Doch so richtig kann man fotografieren. Das ist eine Einwegkamera. Sobald du eine Zeit lang warst. Das ist scheuer, das schmeißt du weg, Alex. So viel Müll. Aber ja, das ist nicht schlecht. Aber nicht aufmachen. Und nicht rumdrücken. Nicht, dass die Batterie alle ist. Dann haben wir hier eine Verdienstmedaille, oder was? Hier war eine Mitteilung. Das ist eine Einwegkamera. Die kannst du nicht wegschweißen. Hä? Die Kamera, ja. Das ist eine Einwegkamera. Hat wohl mal gehabt. Sag ich doch. Die macht den Film und dann schmeißt man die weg. Ja, genau. Du kannst die ja nicht aufmachen. Nee. Ich glaube, du musst... Du kannst nur fotografieren. Du musst die so... Nee. Du kannst... Du musst die so bei Rossmann abgeben. Ja. Oder so. Oder DM. Und dann entwickeln die den Film für dich. Du kriegst die Fotos und der Rest ist im Müll. Die Kamera hat ja nicht mehr. Nein, nein, nein. Und du hibst es ja so ab. Du kannst den Film ja nicht ausnehmen. Achso. Eine Action... Action-Kamera. Hier, grof. Oh. Action-Kamera? Oh. Woller. 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 Ich hab' da nicht gesehen. Woller. 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 Hat doch immer noch was. Ja. Na ja. Hat doch nicht da ehren. Ja Moin. Ne. Alles gut? Alles schick. Hat doch nicht da ehren geholt. Hast du ein kleines Geld für mich zum wechseln? Nein, ich will nicht. Und dann? Nein, das macht ja nichts. Das bringt mir keine Punkte. Das bringt mir keine Punkte. Übrig hat mir keine Arbeit. Ich gucke ja nicht. Mich musst du nicht angucken. Und er, ich gucke nicht. Natürlich. Ich gucke auch nicht. Der ist froh, dass er weg ist. Soll ich das auch aufhören? Ja, du weißt. Ja, ne. Leider nicht. Leider hat es wieder recht gut gesammelt. Na, irgendjemand hat sich mal gesammelt, ja. Mal gucken, ob was brauchbares bei ist. Fünf Öre. Das ist alles ausländisch. Aber wir gucken nach kleinen, guten. Kenia ist schon nicht schlecht. Jetzt geh erst mal zum Eibach holen. Mach mal. Deo. Ja, ich war ja erst mal bei den Kürbis-Dings draußen. Hey, der Kürbis-Dings. Kennst du die Kürbis-Dings? Doch. Nichts. Ist ein Ding. Aber vielleicht ja gleich. So. Der Kürbis-Dings. War. Zwei. Was bellt sich da aus. Wissen wir, die Kürbis-Dings. Ist doch eine Woche wegen dem Kratz. Ja. Der Jusuf, wie alles aus. Ja, war. Das meine ich jetzt. Das ist der Juni-Tag. Zwei Stroh. Ja, der war ein Tragen. Naja. Hat sein Hobby gehört? Richtig. 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 Die Kürbis-Ding Und dass auch nicht anquatschen. Ja, ich habe noch vier Dachbinder. Das ist ganz gut. Können wir auch mal gucken, wenn es dann soweit ist bei mir auf dem Grundstück, irgendwo einen Unterstand daraus bauen, um das Holz abzulagern. Das sollte man wirklich machen, damit man sich sofort verheizen kann. Dann kann man das im nächsten Jahr gewinnen und verkaufen. Kann man hier in der Gegend bestimmt machen. Was ich bezahle für fünf Stücken Holz aufgespalten. Das ist Eche. Eche. Und was sind denn? Für Globo, die kosten 4 Euro. Ach, 2 Euro! Mann! So, liebe Leute, ich werde mal ein bisschen hier Rabatz machen. Jetzt noch ein bisschen ernsthaft was reparieren. Und dann... Hier habe ich noch Geld. Spargeld. Und dann mache ich Feierabend. Ernsthaft zu reparieren gibt es heute Ketten. Seit gestern ist Kettenzeit. Offensichtlich. Da kommt irgendwas. Da kommt doch gerade wieder. Vorher zieht der Dratt hier rin. Moin! Hi! Was ist denn die Luftpumpe? Und... Teil 1? Ah, was? Luftpumpe? Luftpumpe steht hier vorne? Hast du... I don't know the word of Deutsch. Teil 1? The... Ich weiß nicht was soll. They're like this long. They're plastic. You use it to... Ach so! So was hier oder... Ja genau. Jetzt geborgt oder kaufen? Ah... To buy. To borrow. Just for a second. It's okay. Thank you. I'll be fast. Thank you so much. Do you need light? Do you need light? Hm? Ah... I think it's okay. It's fine. I'm just here and I have my heart light. Thank you. Okay. Okay. Ich habe ja hier eine Lampe. Okay. Okay. Ja liebe Leute. So. Kettenzeit. Auch hier wieder Kette kaputt. Das ist allerdings hier auf Verschleiß zurückzuführen. Der Problem hierbei ist allerdings, dass wenn ich diese Kette tausche, das ist eine Schaltkette. Also diese Kette müsste ich, da müsste ich den ganzen Antrieb tauschen. Die Kette ist total runter. Der Antrieb ist total runter. Ich kann jetzt nur noch das Draht fahrbar lassen, indem ich nur das defekte Stück ausniete und die Kette dann wieder zusammenniete. Fertig. Wenn man hier eine neue Kette reinmacht, dann springt die über die Zähne drüber. Und das geht dann gar nicht. Ist dann gar nicht mehr fahrbar. Oh! Oh! Keine Ahnung. Schauen wir mal. Moin, Hi, ich soll jetzt nur kurz was fragen und zwar habe ich gerade bei mir stehen, dann müssen die Laufwäder immer nachzentriert werden, das Hinterrad ist dann ganz schön ein Schlag, die Speiche ist kaputt. Ich würde fragen, wie viel das kostet, wenn wir das machen. 26 Euro. 26, zwei Laufwäder? Ne, für eins, für das mit der Speiche. Achso. Ja, also ansonsten nachzentriert, es kommt aber noch an, wie groß der Schlag ist, also es geht bei 15 Euro los, aber die Speiche fehlt bestimmt beim Hinterrad, ja, genau, deswegen 26. Und Vorderrad, also wie gesagt, wenn man es wirklich zentrierbar ist, sind es 15 Euro, wenn es simpel ist, wenn es irgendwie ... Ah, was kriegen wir denn nach hinten zentrieren? Na viel nicht, weil irgendwie, du musst ja schon ein bisschen darauf achten, dass die Speichenspannung gleich bleibt. Ja. Also ansonsten macht es okay Sinn, deswegen muss man die eigentlich sehen, die Laufwäder. Ja, ist schon ziemlich erschlaglich. Und einmal anfassen natürlich und schauen, wie ist die Speicherspannung überhaupt, und kann man es überhaupt zentrieren? Ja. Weil wenn es ... also ich sage lieber nee und mache es nicht, als dass ich dir Geld aufnehme, und dann fallen ja ... man kann natürlich nicht rin gucken, kann trotzdem passieren, oder fallen ja nach zwei Tagen die nächsten Speichen raus, oder die gleichen reißen dann wieder. Bei den anderen Speichen, das weiß man ja nicht, weil es kann ja sein, dass alle Speichen schon so müde sind, dass es jetzt langsam einfach reißt. Kann ja auch sein. Ja. Ja gut. Das ist schon zentriertes so ein Ding für sich. Ja, ja, ja. Also auch einspeichend zentriert, da wären Bücher drüber geschrieben. Ja, das ist ja wie ein Speiches. Ja. Ja. Das stimmt. Noch eine Frage, jetzt habe ich auch zu suchen nach einem richtig riesigen Länderdrahmen, so 64 oder so. Ja, hab ich da ... Hast du sowas da? Hab ich da, ich hab einen Bataglin, der ist 63. Ja. Kostet 450 Euro und einer, ich hab sehr gut, ein 65er Moods Titan. Okay, krass, ja. Der kostet aber 1500 Euro. Exams, Dram kostet normalerweise neu, 5560 Euro. 1,5 Euro. Aber hab ich da. Kannst ja angucken, sind da drüber und nach. Ja, nee, so gerne, so ist ... 85,000 Euro. Das, was wir halt noch reinkriegen müssen, so fast nicht so ein bisschen. Vielleicht mit irgendeinem Auftrag mal lieber, ja. Nee, noch alles ... ist denn so, was hier so hängt, ne? Ja, ja, ja. Irgendwie die Dinger, aber das mischt große Feige. Also, kannst du halt vergessen. Ja, das ist versehen. Was hab ich gesagt noch, der war nett. Das ist ja cool. Danke. Bin ich gut. Ich hab so einen großen Raum da, ey. Aber ... Es ist halt die Königsklasse. Find ich klasse, ey. Königsklasse. Find ich klasse, ey. Habe ich denn heute überhaupt was brauchbares aufgenommen? Ich hatte Kürzen, war aber heute. Naja, gut, okay. War auch ein schönes Ding. Ein bisschen eingekauftragig, hab ich euch ja gezeigt. Ein bisschen Kram war dabei. Da war nichts besonderes. Aber ... Die USB-Sticks sind ganz geil. Da könnte man mal irgendwie mal so eine ... Irgendeine Aktion mitmachen, weil hier mit 4 GB pro Speicherstick ... Das ist schon in Ordnung. Da kann man mal irgendwas versenden, verschicken. etc. Der digitale Notiz-Zettel, sozusagen. Mehr ist es ja nicht. Jo, jetzt verbleibt ihr nur noch schön Feierabend euch zu wünschen. Und ... Ich schau mal, ob es mit der anderen Kamera klappt. Und wenn nicht, dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich wünsche euch noch eine nachtruhe. Bis dann. Ciao. Euer Tommi.